Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Kalk. Schrift formatieren. Um die Schriftart für eine Zelle oder Zellgruppe zu ändern, wählen Sie die betreffenden Zellen aus. Klicken auf das kleine Dreieck rechts neben der Auswahlbox Schriftnahme und wählen die gewünschte Schriftart aus. Soll die Schriftart im gesamten Dokument geändert werden, wählen Sie den Weg über die Formatvorlage Standard. In den Optionen unter Extras, Option LibreOffice, Ansicht, können Sie für die Liste der Schriftarten festlegen, ob die Schriften mit Vorschau in der entsprechenden Schriftart oder als reiner Text angezeigt werden sollen. Um die Schriftgröße festzulegen, wählen Sie die entsprechenden Zellen aus. Klicken auf den kleinen Pfeil rechts neben der Schriftgrößenauswahl und wählen die gewünschte Schriftgröße. Etliche weitere Merkmale wie Unterstreichung, Fett- oder Kursivdruck, die Schrift- oder Hintergrundfarbe können bequem über die Formatleiste eingestellt werden. Sie können die verfügbaren Farben selbst unter Extras, Optionen, LibreOffice, Farben einstellen. Wichtig ist noch, sich bewusst zu machen, dass auch die Sprache für jede Zelle definiert werden kann. Streng genommen sogar für jedes Zeichen. Dadurch kann eine Rechtschreibprüfung erkennen, in welcher Sprache sie ein bestimmtes Wort nachschlagen muss. Ebenso können Sie die Formatierung vornehmen, mittels Kontextmenü, Zellen formatieren und gehen dann zur Registerkarte Schrift oder Schrifteffekt. Ebenso können Sie über das Menü Format gehen und wählen hier Zellen aus. Oder Sie benutzen die Tastenkombination STRG-1. Das war dieser Powerful-Doben-Screencast. Ciao und viel Glück! Vielen Dank! Vielen Dank.